Du marchМace6 Ich zieh mir jetzt n Hrrr Oh euch will auch Wie heissen die denn? Hienodon Truly einfallslos, Hienodon Läuft da oben einer rum, oder was? Mehr als einer aus dir. Moment, ich packe deinen... Pack. Parke deinen Ansaurus. Lande auf deinem Hausdach. Du bist mit Sam unterwegs, oder? Hm. Ich hab mir jetzt einen gezähmt. Entschuldigung, ich war schon dabei, als du gesagt hast. Guck mal, guck mal. Die Eifer rennt vor mir weg. Die laufen. Ja, ja. Das sind... Die? Ausnocken. Glaube ich. Glaubt er. Das sind scheue Tiere, die nur im großen Rudel angreifen. Und das auch nur auf... Ziele, die alleine stehen. Also, schnapp dir einen Knüppel, schnapp dir einen Bruder, und hol dir ein Ding. Hol dir so ein Ding, vor allen Dingen. Ich weiß gar nicht, wie ich den nennen soll, oder was ich mit dem machen soll. Auf jeden Fall, ich wollte den Sattel einfach mal ausprobieren. Und der Sattel ist eine Kühltasche. Das habe ich auch gelesen. So, du bleibst mal da. Holst du dir auch so ein Vieh? Nö. So nicht. Shit, doch. Was? Nee. Dann nicht. Ähm. Ähm. Ja, ich brauche halt noch... Olga. Das Dach ist halt noch nicht fertig. Ich brauche noch zwei Schräge. Und... ...ein, zwei, sechs, zwölf gerade. Also... Na klar, was ist denn das für ein Riesengewächshaus? Hä? Das ist aber ein Riesengewächshaus. Wo bist du? Wie? Was? Wo bin ich? Bin ich zu Hause? Wie, du bist nicht zu Hause? Du hast Olga abgesetzt und bist wieder weg, oder was? Ja. Und was machst du? Ja, sammeln. Was sammeln? Stein. Holz. Warum? Just to know und so. Ja, weil du jetzt so enttäuscht klangst. Ja, weil... ...weil ich enttäuscht bin. Warum? Ja, weil es sammellig ist. Ja, was sollen wir denn zu zweit machen? Das ist gerade halt einfach nur sammeln. Zu leid, dass es mir tut. Ich kann es nicht an... Ich kann es nicht an, was sollst du. Ja, ich kann es nicht an, was sollst du. Also, ich kann es nicht an, was sollst du. Das stimmt. Vielen Dank. Aber ich hab was, was wir ja gleich zur Abwechslung machen können. Ja. Ich hab ja da hinten diese komische Höhle gefunden. Die können wir erkunden gehen. Das können wir tun, ja. Hab jetzt auch ein paar Sachen fertig. Blöde Maus. Ja, ich mein, klar, sammeln muss sein und so, aber das ist... Das war am Anfang schon so viel und auch beim letzten Mal schon, das Watched Up. Ja, daraus besteht aber leider nur mal das Spiel. Daraus besteht halt einfach das Survival Game. Ja, eben. Aber trotzdem. Kommst du in die Hütte? In welche Hütte? In unsere Hütte. Nein. Warum nicht? Weil ich nicht zu Hause bin. Ja, ich dachte, wir würden gleich erkunden gehen. Ja, das können wir ja auch gleich machen. Ach, erst beschweren, dass wir nichts machen. Ja, ich bin dann auch losgeflogen und sammle jetzt ein bisschen Holz. Weil eben... Ich weiß schon, der Wald muss weg. So. Wo hat der nicht nach? Aber ich finde das immer echt schäppig, wenn... Bräser oder auch Büsche fliegen. Da passen sie oft nicht auf. Warum genau? Pferde sind einfach zu schnell für diese Welt. Ja, ich meine, wenn man die einfach nur auf Geschwindigkeit bildt. Ja. Hey, und wo kannst du eigentlich sich noch genug zu futtern? Hui. Und ich habe gemerkt, dass man echt aufpassen muss, welche Taste man drückt. Warum? Ja, ich habe gerade gepfiffen. Oh nein. Nicht schon, Leute. Ja, man kann es doch nichts führen. Oh, verdammt. So. Ich mache mir da noch eben eine Rüstung. Ja. Ich habe da neben uns auch vorbei. Weil meine ist ja verschwunden. Irgendwohin. Ja. Oh, ich würde ja lieben gerne die... Oh, schon gut. Huch. Ey, dein Drache ist so behindert. Was ist mit dem los? Wo fliegt er hin? Da bin ich doch drauf. Ach so. Och. Habe ich nicht gesehen. Was machst du? Hm? Ach, du bist wieder auf dem Dach gelandet? Ich versuche es. Nee, das ist halt nur... Ich schubs dich die ganze Zeit weg, ne? Genau. Ja, da muss er jetzt durch. So leid es mir tut. Ja, so geht das natürlich auch. Tschüss. Du bist einfach hochgelaufen. Ach so, da bist du. Hauptsache, er ist irgendwo untergestellt. Hallo? Hallo? Das Ding roter rum. Nur ich muss mal eben in den Option gucken. Belegung. Hm. Hm. Hmm. Ja. Ja. ... 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 Komm Sam, wir müssen mal ein bisschen weiter hier weg. Geine Güte, dauert nicht. Also ein Komposthaufen ist echt für mich. Apropos. Okay, warum? Weil das ewig dauert. Echt? Ja, das dauert irgendwie. Also ich hab, weiß ich nicht, vor zwei Tagen oder so gefühlt, hab ich Stroh und zwei Kackehaufen in den Komposthaufen. Damit sie zu Dünger werden, also bevor ich schon das Gewächshaus gebaut habe oder angefangen habe und nichts. Es ist halt immer noch Stroh und Kacke drin. Und der Dunk Beetle, der hat jetzt schon vier Dünger gemacht. Ja, gut. Deswegen, also noch ein zweiter oder dritter wäre gar nicht schlecht, dass man da echt viel von hat und dann passt das ab und an mal ein bisschen Kacke sammeln. Schön. Hätten wir das auch. Ich hab jetzt voll den Ohrwurm davon. Ja, ich auch. Ich auch. Also du fummelst da ja eh noch irgendwo rum. Ich warte auf dich. Ja, wow. Ich warte die ganze Zeit auf dich. Ernsthaft? Ja. Ja, jetzt musst du kurz warten, das mach ich. Okay. Schnappen wir uns Pferde oder schnappen wir uns? Ist mir egal. Das ist mir nicht egal. So möchtest du. Ja, lass uns mit Pferden los. Das kann noch da rein. Ja. Ich schnapp mir noch mal eben was zu futtieren. Zack. Schnapp ich mir noch mal eben was zu trinken. So, hab ich meinen Zaun hier auch schon mal ein bisschen weitergebaut. Stimmt, deine Hütte ist noch gar nicht fertig, ne? Na nö, das ist noch so gut wie gar nicht. Das ist nichts. Steht ja auch nichts drin. Ich wollte da eigentlich auch noch so einen Kamin drin haben, aber... Ja, gut. Okay, was essen sollte ich auch noch. Eventuell auch was mitnehmen. Aber ich will nicht mit Beera losreiten. Das ist ein Sammelfährt. Ja, nimm Hatschiko. Ja. Jetzt schnapp ich den Barbie. Barbie. Wen nimm ich denn? Obwohl Barbie ja fast tot ist Warum? Ich hab's gelabelt Ja, du levelst auch gerade, wie ich sehe Ja, muss ja Oh mein Gott, du verprügelst die alle Ach, falsch Ja, guck dir das doch mal an Voll total hoch Ich fand nur die Idee Die ein bisschen auf Leben zu stellen Eigentlich kann ich jetzt Ja, und so schnell müssen die Viecher ja jetzt Entschuldigung, doch nicht sein Wie hast du eigentlich noch was zu... Oh ja, okay Okay, hast du alles? Ich denke Oh, ich hab noch was Überschüssiges dabei Ich hab noch mal Überschüssiges dabei So Nicht zu fressen drin Boah, bist du schnell Du solltest Aufpassen Wo sind eigentlich die Allosaurus hier? Keine Ahnung Okay, da unten Werden aber nicht mehr lange sein Wenn sie unserem Camp zu nahe kommen Wieso ist Tim auf? Ja Vor allen Dingen Da steht ein Allosaurus Zwei Drachen Greifer Alles mögliche Und der, der unsere Base verteidigt Ist ein Lystro Das ist halt so dämlich Bist du noch bei mir? Ja, aber ich Mach langsam, weil Aber langsam ist langweilig Ja, aber ich will das Vieh nicht killen Dann darfst du es nicht leveln Ja, komm, wir machen einen kleinen Abstecher Klub Müssen eh da unten hin zum Strand Ist das so? Mhm Hör auf, die Donos zu töten Ciao Kann ja nicht sein hier Arme Viecher Was haben die dir getan? Ich würde jetzt sagen Donos können sich nicht wehren Aber das halte ich für ein Gerücht Oh Oh Langsam kann aber mal Dieser rote Rand verschwinden Hat das Pferd was zu fressen? Ja Mehr jetzt genug So Da hinten ist das Höhle Das Höhle Mhm Moin moin Seid ja eigentlich aggressiv Sieht nicht so aus Wo bist du? Weiß ich nicht, also hier stiefelt einer Die stiefeln dir alle hinterher Ja, du brauchst ein bisschen Stiefelst du mir auch hinterher oder? Ne, ich werde gerade angegriffen Ich wollte mal Alter Wollte mal gucken Hi Hi Ja, noch schön Nähr Was denn? Ja, diese Kack Kringbogen Viecher und Skorpione Und Zeug Das ist ja auch Drei Was denn? Ja, diese Kack Jangan Kack 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 Kack